Ganz Deutschland spricht jetzt über Fußball und es wird auch viel über die Krombacher Spendenoffensive diskutiert. Klar will Krombacher Bier verkaufen, aber die fühlen sich auch der guten Sache verpflichtet. Schon seit Jahren. Deshalb geht jetzt von jeder Flasche Krombacher einen Cent an einen guten Zweck. Und man kann mitbestimmen an wen. An das Deutsche Kinderhilfswerk, an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei oder an die WWF Regenwaldstiftung. So gewinnt nicht nur einer, sondern alle. Ja und der gute Geschmack gewinnt sowieso. Die Krombacher Spendenoffensive. Gute Sache, gutes Bier. Gute Sache, gutes Bier.